Trotzdem geiler Remix. Das kann man auch immer wieder gut hören. Ich bin aufgeregt, ich mixe jetzt die Schallplatte hier auf den CD-Player drauf. Unglaublich. Das habe ich schon ewig nicht gemacht. Ich habe jetzt immer rausgemixt, aber jetzt mixe ich mal rein. Er verbindet digitale und analoge Welten. Das erlebt ihr nur hier in unserem Homeoffice. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Wahnsinns-Cowbell-Stück. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Cowbell-Anschläge in einem Stück gehört. Das ist für Sebastian Leger. Der ist ein ziemlicher Cowbell-Fan. Cowboy-Fan. Und der hat das auch auf dem Klingelschild. Cowbell. Sebastian Cowbell-Legere. Nur Cowbell. Ja, ach so. Und dann geht auch den Cowbell an. Okay, okay, okay. Okay.